Das war's, denke ich mal, die weiteste. Applaus für uns und damit. Applaus für uns und damit. Ganz hinten, schlecht zu reparieren. Wo ist denn die Christina überhaupt hin? Da drüben ist die Christina. Christina, kommst du da mal zu mir? Nein, wir haben nicht Schwung geholt, der Meister Winterbusch. So, wir sind halt. Wir waren ja nicht offiziell hier, also direkt mit irgendwelchem Weitstoß, bis er etwas gesundheitlich lebiert. Nicht sehr viel, mein Gott sei Dank nicht. Freuen wir uns alle drüber. Aber auf der Meister Winterbusch ist der Meinung, dass du auch einen Preis geben sollst. Schon alleine, dass du hier heute angetreten bist, überhaupt, dass du hergekommen bist. Freuen wir uns ja alle, dass die Christina zu uns gehört wird. Noch mal einen ordentlichen Applaus, genau. Und, äh, ich warte eigentlich bis er herkommt, der Frank. Frank, kommst du mal zu uns? Er hat nämlich ganz, ganz schnell noch einen Preis locker gemacht. Einen ganz schönen Preis. Das ist nämlich der erste Preis denn hier. Wer hat's gekriegt? Die? Die Sarah. Wo ist die noch? Wir haben uns vorhin noch gesagt, was die jetzt kriegen. Die haben sie geklont. Die haben sie geklont. Die Infrarot-Kabine. Infrarot-Wärme-Kabine. Und du bekommst, dass du heute bei uns warst, auch eine Infrarot-Wärme-Kabine. Und wir den Glück wünschen dich, was hat dich das hier. Also siehst du, hat sich doch gelohnt, ne? Also, vielen Dank nochmal, dass du da warst. Tja, Frank, wie sieht's weiter aus? Äh, die ganzen, vielen Zuschauer, die Gott sei Dank heute zu uns gekommen sind. Äh, die können erstmal was essen, was trinken hier, bei unserem Wirt, bei unserem Müller, Herrn Müller. Dann können Sie die Sauna anschauen. Geht ruhig mal rein in die, äh, mobile Sauna. Selbstverständlich, können Sie aber alle reinschauen. So viel Platz haben wir in unsere Reihe noch, bitte. Und dann gibt's doch die Autokrampfstunde von unserem Sportler. Genau, das sollten wir nicht vergessen. Die Autokrampfstunde, für die Sportler, die heute generell alle hier waren. Wo machen wir die? Im Zelt? Im Zelt machen wir die. Am besten im Zelt. Und der David muss die Beule noch signieren. Mit Edding. Ja, die Beule muss er noch signieren. Wo ist er? David? Ja, hinten. Die Müsländer müssen wir rein mit dem Edding. Im Zelt. Im Zelt. Im Zelt. Im Zelt.